Der Mops am Arsch, würde ich sagen, dass es daran liegt, wie ein bisschen. Hier, Turm. Friss Turm. Was, wer ballert da noch? Ich? Ja. Und mein Turm. Okay. Cool. Wir gehen ja voll ab. Ich habe zwar keine Funktion mehr, aber hier liegt Medi-Zeug rum. Ja, ich glaube, das hätte mein Koordinierter machen können. Ach, Quatsch. Ich habe hier hoffenweise Gegner aufgescheucht, du unten und dann sind wir zusammengelaufen. Nur so geht es richtig. Da liegt was Blaues rum. Ja. Was für dich? Oh, vier mal 24. Was ist denn das? Ah, Geld. Ja, siehst du? Jetzt haben wir wenigstens alles an einem Ort gesammelt, was wir zum Aufsammeln konnten. Äh, zum Aufsammeln. Und wir haben gelevelt. Zwischenreihen. Echt? Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du schon wieder vor mir 14 warst. Dann lass mich gerade den Punkt vergeben. Dann stecke ich direkt in Munitions-Rack. Hey, was? Noch mehr Fischer. Ja, was geht denn ab? Ja, nervig, ja. Boah, wie bist denn du ab? Ja, übel halt. Ja, übel. So lange wie ich Munition habe eben. Stimmt, ja. Dann fragt man sich 10 Minuten lang, worum es klippert. Also, nicht, dass mir sowas nicht auch passieren könnte. Ich gebe es halt noch nicht ganz so offen zu. Also du jagst wieder Fässer in die Luft, alles klar. Wie er mich nutzen will. Der alte. Ja, eigentlich nicht. Aber das sind Fässer. Achso. Oh mein Gott, Fässer, Fässer! So. Ich würde es gucken, ob es ein schönes Angebot gibt. Ich habe ein Iperian Explosive Longbow aufgesammelt. Ist das gut? Was hast du eingesammelt? Iperian Explosive Longbow. Was? Haben die für einen Schaden? Ähm... 20. Ey, lol. Meine jetzigen haben 35. Ja, dann knick it. Knick it like Beckham. Genau. Ja, ja. Sind wir jetzt hier durch eigentlich? Ja. Na, cool. Am Automat gibt es nichts Besonderes, falls du dich das fragst. Na, ich hätte ein bisschen Munition gekauft. Ach, Munition. Fatsch. Überbewertet. Hast du noch Nahkampf? Oh, wir haben Karre. Was? Ich bin noch nicht mal fertig mit Laden. Wo ist Karre? Ist das hier Karre? Äh, ja. Besorgen wir uns ne Karre. Oh, und wieder Rose. Na klar. Oh mein Gott, dein Schild. Alter. Kannst du eben erschrecken. Ähm, ne, Minentour abliefern tun wir noch nicht. Warum? Das ist das nächste Gebiet. Ah, okay. Wir müssen erst die anderen Quests noch machen, die jetzt total easy sind, weil wir jetzt die schwerste Quest von allen gemacht haben. Hm, cool. Da liegt Geld. Bitte. Hm, cool. Hier liegt Geld. Okay. Äh. Da liegt noch Geld. Hallo. Was? Wo? Ach da. Ja, wenn, dann mach's richtig. Weißt du, was mich mal interessieren wird? Fahr mal weg. Ey, verpiss dich. Was? Du willst das Ding hochjagen. Nein, Mann. Will ich nicht. Fahr mal weg. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber danke. Ich wollte nur schauen, ob ich dir hinterherkomme. Nee, dafür bin ich nicht schnell genug. Okay. So, aktivier mal bitte den anderen Quest. Alles klar. So aktiviert man doch Quests, oder? Nein, nicht ganz. Ja. Blutige Reifen ist eh überall, weil da musst du nur drüber fahren. Deswegen Tagebucher sammeln. Hier ist eins. Sorry. Hier, sammel. Der ist geflogen. Und der brennt. Ach, das sind die Dinger. Na, dann fahr halt auch drüber. Zurückgelassener Alien-Technologie zu suchen. Ähnlich der, die unser Konkurrent, die Atlas-Firmengruppe in den Ruinen von Commissus entdeckte. Und die, die zu der Supermacht werden lief, die sie heute ist. Es ist äußerst unwahrscheinlich hier auf etwas derartiges zu stoßen. Aber meine Wuttäter glauben so fest daran, dass sie mich hier verheizen. Ich bin erst drei Stunden hier und schon habe ich das Gefühl, dieser Planet wird mein Tod sein. Wissenschaftler jagen keinen Mythen und Legenden. Was ist denn diese Kiste, die da rumliegt, die weiße? Ja, da war vorhin eine Quest drin. Ich frage mich auch, warum da jetzt keine Waffen drin sind, aber okay. Steigst du wieder ein? Dann fahren wir zum nächsten. Hallo? Nein. Sag mal. Ich überfahre dich. Ganz einfach. Ja, dann mach's doch. Scheiße, jetzt häng ich fest. Ja, dann fahrst du halt alleine. Ja, bin ich. Nein, du bist die falsche Richtung langgefahren. Wieso denn? Komm zurück. Komm zu mir. Komm zu mir. Ja, ich sehe dich doch dort vorn. Nein, hier hinten. Da, wo es rumspringt. Was willst du denn da hinten jetzt? Ja, jetzt komm halt. Hörst. Oh. Ja. Ups. Ich finde... Ja. Du bist so gemein. Du hast mich erst darauf gebracht, dass man das mit den Fässern machen kann. Achso, nee, du kannst auch einfach so auf das Auto schießen, wenn du mich kaputt machen willst. Nee, wollte ich ja gar nicht. Nee, nein, nein, nein. Ich habe mich nur darüber gefreut, wir müssen da hinten hin. Ja, bleib mal kurz im Auto. Okay. So wie es sich für die Frau gehört, einfach mal im Auto warten. So, ich hätte noch Todeskreis, Meet & Creed. Dann die Legende von Moe & Marley. Oh, die rockt. Die rockt. Nee, Moe & Marley. Die geht ab. Das sind zwei übelst riesige Gags. Kannst du mal aufhören? Ich bin gleich tot. Das verletzt dich. Sorry, du hast dich nicht. Das habe ich dir doch erzählt. So, und das wäre die Schnitzeljagd. Ich habe mich nur darüber gefreut, dass du in der Gegend rumfliegst. Yeah. Okay. Achso, stimmt. Ich könnte auch mal dahinter Munition kaufen, wo ich dich gerade dahin laufen sehe. Wie gibt es denn Burning Repeater? Oh, yeah. Aber der ist langsam. Wenn ich mit denen fertig bin, nee, egal, ich habe es verbockt. Was wolltest du denn sagen? Ich wollte irgendwas sagen, wo Tide und Burn drin vorkommt. Achso. Also, wenn ich mit euch fertig bin, nee, ihr seid so Tide, ich habe es schon wieder verbockt. Das stimmt schon, ihr seid so Tide, wenn ich mit euch fertig bin, dann Burn's. Ich habe es am Anfang vergessen. Ich habe wieder angefangen mit, wenn ich mit euch fertig bin und habe das Tide vergessen. Tja, das ist natürlich epic, ne? Ja. Was, wie kommst denn du hier rein? Was machst denn du schon wieder? Da war ein Level 3, Depp. Level 3? Lol. Ich halte die medizinischen Geräte auf mehr oder wie. Ja, der ist ein bisschen hinterher. Ja. Kann du uns wieder Skillpunkt verteilen, fällt mir so. Wow, habe ich viele Quests. Ja. Ich habe die Foren vorgelesen, aber das hat euch nicht interessiert. Was habe ich in der Zeit gemacht? Rumgeballert, ne? Ja, so könnte man es nennen, mich fast getötet. Oh, nur fast. Ich wollte doch nur spielen. Weißt du, Hunde, die ballern, beißen nicht. Ich, ja, ich glaube, das war anders. Ich kann mich täuschen, aber... Was war irgendwas mit B? Das sollte reichen. Ja. Ja, Seth, da hast du recht. Dem putzelt es am Kopf. Guck. Guckst du? Ja, ich gucke. Ja. Wir können weiter. Ich finde es viel lustiger, wenn es den Kopf brennt. Das kann ich auch. Das kann ich nicht. Doch kann. Boah. Da burnt aber gleich der ganze Oberkörper. Ja. Ja, ist so, jetzt haben wir wieder schön Munition verschwendet. Das wollte ich gerade sagen. Mal kurz mal muten, ich muss husten. Ja. Wir sind jetzt ganz alleine hier. Steig aus meinem Sitz aus. Du hast gesagt, ich soll fahren. Habe ich das? Ja. Komm schon. Wo, 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 wo? Ach so. Stimmt. So. Gibt's irgendwas? Ich wollte gerade eben schon wieder ballern. Ist mir eingefallen, dass ich dich damit verletzen würde. Oh, das ist aber nett. Ach so, ich kann gar nicht ballern. Ich sitze ja im Fahrersitz. Doch, mit Rechtsklick. Ich sollte einfach das Maul halten und fertig sein. Ja, warum sagst du mir das auch? Ich steck fest. Ich box dich raus, Vater. Du messerst mich raus. Nein. Oh mein Gott, das Auto normalerweise wegschubsen. Oh Mann. Tu mich auch, tu mich auch. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ich bin weg. Das ist zum Kotzen, Mann. Wie scha... Das schafft auch nur eine Faune. Das schafft vor allen Dingen auch nur ich. Ich habe Claptrap kaputt gemacht. Ähm, Claptrap kaputt gemacht. Verstehen lassen. Moment kurz. Hast du rausgefunden, warum? Der Claptrap war kaputt, ne? Ne, der war... Der hing halt vorne rum, wo er eigentlich gar nicht sein sollte. Ja, der war doch vorhin bei der Quest dabei. Ich dachte, das war ein anderer. Ja, das war auch ein anderer. Aber der war auch defekt. Ja. Wir müssen die Dinger reparieren, da dafür gibt's Inventar-Upgrades. Inventar-Upgrades für das Rep... Achso. Hä? Und wir haben den nicht repariert. Oder hast du das gemacht? Weil... Nö. Faaaaaack.